Leute, nachdem wir Montagabend noch ein neues Bärenmarkt-Tief hier in Bitcoin aufgestellt haben bei 15.476 US-Dollar, kam es über den gestrigen Tag und auch heute Nacht noch einmal zu einem kurzfristigen Erholungs-Bounce, genau bis zu unserem Point of Control, unser maximales kurzfristiges Erholungstarget. Und untergeordnet bilden wir jetzt folgende Strukturen, die mich darauf schließen lassen, dass wir hier in diesen Regionen massiven Widerstand reinbekommen und erst einmal mit einer Rejection rechnen müssen. Alle wichtigen Level für den heutigen Tag bekommst du hier auf der Crypto Wall Street durchgegeben. Natürlich gebe ich dir auch einen kurzen Newsflash durch mit all den wichtigen Informationen, die für dich jetzt relevant werden. Und last but not least möchte ich euch ein neues Feature hier auf CoinMarketCap vorstellen zu den finanziellen Reserven, die Bestände einer jeweiligen Kryptobörse. All das erwartet dich hier heute im Krypto-Update, solltest unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und wenn du es in Zukunft nicht mehr verpassen willst, dann empfehle ich dir unbedingt, lass das kostenlose Abo da, werde Teil dieser geilen Community, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du auch noch benachrichtigt, wenn ein Video online geht. Und last but not least, Freunde, smash den Like-Button, denn dann können wir rein starten mit dem Content. Aber erst einmal herzlich willkommen an über neue 20 Abonnenten hier auf diesem Kanal und vor allem auch ein großer Shoutout an jeden einzelnen der neuen Kanalmitglieder, wie der Matthias Emde, der Philipp, der Dan und die Patricia. Herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street bei den Kanalmitgliedern. Vielen Dank für euren Support und wir legen jetzt los mit dem Content. Schauen wir uns zu Beginn wie immer die letzten 24 Stunden hier auf den Kryptomärkten an und wir sehen es, wunderschöne grünen Zahlen nach so einem massiven Abverkauf ist natürlich jederzeit das Potenzial da für einen kurzfristigen Erholungsbounce, den wir jetzt gerade sehen. 5,68% geht es in der Marktkapitalisierung nach oben. Wir stehen bei 826 Milliarden US-Dollar. Marktkapitalisierung für Bitcoin geht es in den letzten 24 Stunden nach oben um 5,5%. Wir stehen wieder bei 16.500 US-Dollar. Ethereum macht 7,6% wieder gut, steht über 1.160 US-Dollar. BNB allen voran der Runner-Up mit über 17% Gain. Wir stehen knapp unter 300 US-Dollar. Falls jemand dazu Informationen hat, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich habe mich schon umgehört, umgeschaut. Ich habe dazu nichts finden können. Ansonsten natürlich auch weitere Altcoins mit Erholungsmovements. Allen voran noch einmal Dogecoin mit 11,6%. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir müssen direkt über den Bitcoin-Chart sprechen und deswegen lasst uns rein starten. Let's go! Starten wir direkt rein mit Bitcoin in der 4-Stunden-Chart. Heute wirklich voller Fokus auf die untergeordneten Timeframes. Falls du den übergeordneten Fahrplan für Bitcoin, Ethereum und Co. noch nicht kennst, schau dir unbedingt noch einmal die letzten Update-Videos an. Klarer Fahrplan mit den langfristigen Kaufleveln für dich dargelegt. Schauen wir uns an. Montagabend haben wir noch einmal ein neues Bärenmarkt-Tief hier aufgestellt in Bitcoin an der Marke von 15.476 US-Dollar. Über den gestrigen Tag kam es dann und auch heute Nacht zu einem massiven Erholungs-Bounce. Hier noch einmal der Hinweis, Freunde. Ich sage es immer wieder. Mit jedem Tief, was wir hier in Bitcoin aufstellen, schwindet das Verkaufsinteresse und steigt das Kaufinteresse. Deswegen macht es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, sich aktuell irgendwelche Short-Entries rauszusuchen. Wir suchen nach Strukturen, die uns Bullish-Entries, also Long-Entries liefern. Denn aus meiner Sicht sind wir dem Boden schon sehr, sehr nah hier in Bitcoin. Natürlich kann euch keiner den Boden zu 100% predikten. Absolutes Worst-Case-Szenario findest du ebenfalls in den letzten Update-Videos. Meinerseits bei 11.000 bis 11.800 US-Dollar. Doch es muss niemals dazu kommen, dass wir überhaupt so tief sinken. Denn, wenn wir uns einmal kurz diese News anschauen. Über 50% der Bitcoin-Besitzer stehen aktuell im Verlust. Und wenn wir uns das in der Vergangenheit einfach mal anschauen. In 2014, 2015 standen 65 bis 68% im Loss. 2018, 2019, 55% im Loss. Und aktuell 2022, 2023 bei der Marke 15.476 US-Dollar standen 53% im Verlust. Und deswegen sind wir aus meiner Sicht aktuell ebenfalls dem Boden schon sehr, sehr nah. Wir stehen in sehr, sehr attraktiven Preisleveln aus der Vergangenheit gesehen. Deshalb orientiere ich mich in diesen Regionen Long und Shorten nicht. Schauen wir uns jetzt an, ob wir irgendwelche potenzielle Long-Einstiege haben. Dafür schauen wir uns an in den untergeordneten Timeframes. Wir haben darüber gesprochen, wie aktuell der Point of Control innerhalb dieser Range, genau diesem Chart-Ausschnitt, an der Marke liegt. Hier gelb dargestellt bei 16.681 US-Dollar. Das ist soweit erst einmal ein Erholungstarget gewesen, ohne irgendwelche Strukturen, als wir noch hier unten standen. Der Markt hat jetzt strukturell etwas aufgebaut, was uns zusätzlich noch weitere, sage ich mal, Indizien liefern, dass hier oben jetzt erst einmal massiver Widerstand reinkommt und ich soweit erst einmal mit einer Rejection rechne. Warum? Kommen wir zu den einzelnen Strukturen. Übergeordnet befinden wir uns ebenfalls in einem, sage ich mal, kurzfristigen bärischen Level, nämlich das Bärenlevel dieser letzten Abwärtsbewegung. Wir haben hier eine Art Hilfssequenz gebildet, ich zeichne euch gleich diese Level noch einmal an, aber das Erholungspotenzial dieser letzten Abwärtsbewegung, also folgende Bewegung hier, die ihre Ziellevel genau getroffen hat, ist genau diese Range von 16.331 US-Dollar hoch bis 16.617 US-Dollar. Ebenfalls, wenn wir uns das noch einmal anschauen, untergeordneter, in der Stundenchart haben wir folgende Strukturen gebildet. Wir haben, nachdem wir dieses High gebrochen haben, also mit dieser 1-Stunden-Kerze, diesem 1-Stunden-Pump, folgende türkisfarbene Strukturen gebildet, die ihre Ziellevel wunderschön ebenfalls tragen, innerhalb des Bärenlevels, hier in Orange dargestellt und knapp unterhalb des Point of Controls, also in der Range von 16.412 US-Dollar hoch bis 16.600 US-Dollar. Und wir sprechen immer wieder darüber, solche Überschneidungsbereiche von bullischen und bärischen Targets, also die Bullen haben hier ihr Ziellevel erreicht, sie haben es geschafft, den Markt nach oben hin zu drücken, bis in ihr finales Ziellevel der 200er Extension bei 16.600 US-Dollar. Und die Bären haben ebenfalls das erreicht, nämlich dem Bullen soweit erst einmal Erholungspotenzial zugesprochen, um ein attraktiveres Preislevel für einen Verkauf zu erreichen. Und genau da stehen wir jetzt, Freunde, deswegen auch hier dieser Kringel, dieser Kreis für euch noch einmal dargestellt, das ist die Zone, wo ich mit einer Rejection rechne und genau da stehen wir jetzt, Freunde. Wir stehen an dem Point of Control dieser untergeordneten Konsolidierungsphase, wir sind hier letzten Endes Ziellevel abgearbeitet, der Bullen, wir sind in einem Bärenlevel und wir sehen auch noch einmal den Retest des vorherigen Supports, den wir hier noch hatten, der aufsteigenden Trendlinie, die ebenfalls jetzt wunderschön angewickt worden ist. Von daher, Freunde, meine klare Positionierung für den heutigen Tag, erst einmal rechnend mit einer Korrektur. Haben wir aus bullischer Sicht schon irgendetwas erreicht, dass wir uns hier Long-Einstiege erarbeiten können? Aus meiner Sicht noch nicht. Aus meiner Sicht ist es noch zu früh, Freunde. Das Einzige, was wir haben, ist hier eine bullische Sequenz, die ihre Ziellevel erreicht hat. Nichtsdestotrotz haben wir noch nicht einmal den Point of Control überwindet, wir haben noch nicht das Bärenlevel gebrochen. All das sind noch Dinge, die wir tun müssen, um unsere Wahrscheinlichkeiten für einen funktionierenden, positiven, profitablen Trade erst einmal gebrochen werden müssen. Aktuelles Level, was jetzt jeder auf dem Schirm haben muss, ist definitiv das nächste Bullenlevel. Das nächste Gesamtkorrekturlevel dieser türkisfarbenen Struktur. Und diese Range liegt aktuell bei knapp 16.067 US-Dollar, runter bis 15.868 US-Dollar. Dieses Level müssen die Bullen unbedingt halten und positiv herausreagieren, um den nächsten Up-Move und ein Potenzial, sage ich mal, dieser Level zu brechen haben zu können. Sollte es hier runtergehen, Freunde, macht euch bereit auf den nächsten Abverkauf, denn wir haben natürlich auch langfristige Kauflevel hier weiterhin auf dem Schirm. Und mein nächstes Level liegt exakt an der Marke von 14.766 US-Dollar. Was den aktuellen Verkaufsdruck hier auf den Kryptomärkten natürlich noch einmal verschärft, ist eine potenzielle weitere Miner-Kapitulation. Denn mit dem Abrutschen von Bitcoin nähert sich dieser den Produktionskosten, die aktuell liegen an der Marke ausgerechnet von JP Morgan bei etwa 15.000 US-Dollar. Sollte der Preis da drunter fallen, Freunde, ist es teurer, sage ich mal, Bitcoin zu minen, als du letzten Endes bekommst für den Verkauf von Bitcoin. Und aktuell stoßen gerade Bitcoin-Miner ihre Reserven massivst ab, um ihre Kosten, sage ich mal, deckeln zu können. In diesem Fall verkaufen die Miner jeden Tag 135% ihrer frisch geschürften Bitcoins. Wie kannst du 135% ihrer frisch geschürften Bitcoins verkaufen? Natürlich, indem du dich an deinen Reserven noch einmal bedienst. Das heißt, nicht nur alle Bitcoins, die aktuell geschürft werden, werden auf den Markt geschmissen. Nein, auch 35%, sage ich mal, der Reserve in diesem Fall. Bevor wir jetzt gleich noch weitermachen mit der Ethereum-Analyse, möchte ich euch einmal kurz ein sehr, sehr cooles, neues Feature hier auf CoinMarketCap vorstellen. Ihr findet es unter Top Cryptocurrency Spot Exchanges. Wie kommt ihr da hin? Über den Reiter Exchanges und dann einfach auf Spot gehen. Und dann handelt es sich um folgendes neues, kleines Icon. Dahinter verwirkt sich natürlich noch mehr, aber Exchange Reserves Data Available. Überall da, wo ihr das Icon findet, sind jetzt bereits die Bestände, die Reservebestände einer jeweiligen Kryptobörse hinterlegt. Schauen wir uns das einmal kurz für Binance an. So sehen wir hier in diesem Reiter, dass die gesamten Reserven sich auf 68 oder über 68 Milliarden US-Dollar hier bestehen. In diesem Fall auch eine genaue Aufschlüsselung mit den jeweiligen Wallet-Adresses, wo etwas liegt. Und natürlich die Token-Allokation in Prozent angegeben, als auch die Allokation letzten Endes nominal bewertet mit Milliarden US-Dollar. Und in diesem Fall sehen wir hier für Binance in dem BUSD hält Binance 32% ihrer Reserven in USDT 22,9%. BTC 13,29%, BNB 9,26%, Ethereum 8,14% und letzten Endes others 13,8%. Und ich habe gesagt, alle Börsen, wo dieses Icon auftaucht, haben, sage ich mal, ihre Bestände bereits offengelegt. Und in diesem Fall ist es nicht Coinbase, als nächstes nicht Kraken, auch nicht Binance US. In diesem Fall ist es meine Kryptobörse, die ich selber seit 2017 nutze. Da handele ich aktiv seit 2017 sämtliche Kryptowährungen und vor allem bin ich hier bei KuCoin auf dem Future-Markt aktiv. Und in diesem Fall belaufen sich hier die finanziellen Reserven von KuCoin bei über 2,5 Milliarden US-Dollar. Auch hier ganz klar die Wallet-Adresses angegeben und die Token-Allokation. Über 31% der Reserven werden hier in USDT gehalten. 18% in den KuCoin-Shares, über 11,3% in Bitcoin und 7,86% in Ethereum. Falls du gerade aktuell auf der Suche nach einer zuverlässigen Börse bist, vor allem für den Future-Handel, aber natürlich auch für den Spot-Kauf interessant, dann kann ich dir KuCoin bestens und wärmstens empfehlen. Schau gerne in der Videobeschreibung nach dem Link vorbei. Wenn du dich über diesen Link registrierst, sparst du dir ein Leben lang über 10% der Trading-Gebühren. So, schauen wir uns zum Abschluss jetzt natürlich auch nochmal kurz Ethereum an. Was ist hier passiert? Wir haben darüber gesprochen, wie der Markt erneut hier sein letztes Tief angetestet hat. Während Bitcoin dieses Tief noch einmal gerissen hat, haben wir hier in Ethereum dieses Tief gehalten. Wo standen wir zu diesem Zeitpunkt? In unserer langfristigen Akkumulationszone, langfristigen Kaufzone, wo ich meine nächste Ethereum-Tranche gekauft habe. Exakt an der Marke von 1114 US-Dollar. Wir sind kurzzeitig wieder da reingedippert, sind jetzt aber erst einmal wieder herausreagiert. Das soweit erstmal positiv zu bewerten. Doch auch hier haben wir noch nichts erreicht, Freunde. Wir können noch von gar nichts sprechen, von keinem Bullish-Reversal. Es ist einfach nur bisher, es kann sich jederzeit ändern. Die Charts leben, sie sind nicht in Stein gemeißelt. Das noch einmal, sage ich mal als Hinweis. Es ändert sich jeden Tag etwas. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du jeden Tag am Ball bleibst und natürlich auch hier die Videos stetig verfolgst. Wir haben soweit erstmal einen Erholungs-Bounce gesehen. Bis wohin ging dieser jetzt? Erst einmal hier in Ethereum bis knapp unterhalb des 50er-SMAs. Wir haben hier letzten Endes, sage ich mal, stehen zwischen dem 20er-SMA und 50er-SMA in einer Zone, wo aktuell derzeit aus meiner Sicht alles passieren kann. Der Markt kann hier, sage ich mal, runterdippern. Der Markt kann noch einmal leicht nach oben ziehen. Deswegen macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, sage ich mal, in diesen Regionen zu traden, wo es aktuell Sinn machen würde. In diesem Fall, ich trade hier sowieso nicht short, habe ich ebenfalls schon durchgegeben. Ich halte mich noch komplett raus. Ich brauche erstmal klare Strukturen, die wir letzten Endes dann für Trade-Einstiege nutzen können. Nichtsdestotrotz, ebenfalls hier der Point of Control, eine sehr, sehr interessante Marke. Die Marke von 1.210 US-Dollar, wo ich in diesen Regionen dann aller, aller spätestens erst einmal wieder mit einer Rejection hier in Ethereum rechne. Ansonsten natürlich, das 50er-SMA liegt bei 1.188 US-Dollar. Sollten wir hier in die Region kommen, sehe ich auch erstmal eine kurzfristige Rejection. Nichtsdestotrotz noch nicht einen allzu starken Abverkauf. Den stärkeren Abverkauf rechne ich dann an diesem Point of Control. Nach unten hin haben wir natürlich jetzt in diesem Fall erstmal den 20er-SMA als Support, also die Marke von 1.140 US-Dollar. Schauen wir uns natürlich auch noch einmal hier kurz in der Stunden-Shot um. So kommt letzten Endes bei 1.190 hier der 200er-SMA rein, was natürlich dann in Überschneidung mit dem 50er-SMA in der 4-Stunden-Shot dient. Deswegen hier noch einmal diese Marke speziell im Auge haben und natürlich der Point of Control hier in Ethereum heute interessant. Also Freunde, der Fahrplan sollte jetzt wieder glasklar sein. Sämtliche Level sind bekannt. In Bitcoin stehen wir gerade in den Regionen, wo mit aktuell sehr, sehr viel Widerstand und Verkaufsdruck zu rechnen ist. Deswegen rechne ich und erwarte ich auch hier erst einmal eine Rejection, bevor wir potenziell noch einmal hier aus dem Bullen-Level reagieren und dieses Level erneut antesten. Mit dem ersten Antester rechne ich nicht, dass wir direkt durchstarten. Sollte es jedoch dazu kommen, Freunde, dann können wir tatsächlich hier zeitnah wieder potenziell neue bullische Long-Trades eingehen. Also wenn wir solche Price-Movements sehen sollten, wird dann jede nächste Korrektur erst einmal wieder interessant, sich kurzfristig hier long-technisch zu positionieren. Wenn es soweit ist, werde ich euch natürlich darüber informieren, darüber updaten. Falls ihr das Video heute gefallen habt, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und natürlich, falls du noch nicht Teil der Crypto Wall Street bist, lass das kostenlose Abo da. Werdet Teil dieser geilen Community und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Mittwoch, Freunde. Um 14 Uhr spielt Deutschland. Da muss ich natürlich ebenfalls mit dabei sein. Drückt den Jungs den Daumen oder die Daumen. Ihr habt ja nicht nur einen, aber letzten Endes könnt ihr den natürlich smashen, den Like-Button. An diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Haut da rein, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.